Rühren, Cyborg! Batman? Willkommen an Ozblech, Mann! Okay, was hab ich verpasst? Das ist eine lange Geschichte. Er ging ein großes Risiko ein, indem er hierher kam. Wieso? Ich muss sie finden. Sofort. Okay, setzen wir deinen Transporter in Gang und stellen den Laser auf unsere Dimension ein. Und komm mit Verstärkung zurück. Ich kann bestimmt... Wir haben keine Zeit. Vor fünf Jahren kamen bei einem tragischen Ereignis Millionen Menschen ums Leben. Seine Schuld an dieser Zerstörung trieb ihn in den Wahnsinn. Er wurde zu einem Boten des Chaos. Ein Feind des Friedens und der Sicherheit. Der Anführer des Aufstands wird für seine Verbrechen bezahlen. Oh, das gefällt mir nicht. Um 18 Uhr Ortszeit wird Batman auf Strikers Island hingerichtet. Möge Rao seiner Seele gnädig sein. Hilfe zu holen ist jetzt nicht wichtig. Batmans Rettung hat absolute Priorität. Es ist eine Falle. Natürlich ist es das. Dann sollten wir vorsichtig sein. Gut, und wie? Mit dem Teleporter vom Wachtturm. Strikers Island ist mit Teleportationsdämpfern geschützt. Aber sie schützen nur das Gebäude. Wir müssen Batman nur rausbekommen. Mitten durch die Steinmauer. Da bin ich doch dabei. Wir brauchen eine Ablenkung, um Superman zu beschäftigen. Das übernehme ich. Ich mag den Teleporter. Ich kann am besten damit umgehen. Und? Ich kann sie infiltrieren. Ich helfe dir. Du und ich? Zusammen? Keine Chance. Der einzige Weg, um den Wachtturm von der Erde aus zu betreten, ist die Halle der Gerechtigkeit. Und wenn deine Deckung auffliegt, brauchst du jemanden, der dich beschützt. Ich frage nicht um Erlaubnis. Aber du wirst tun, was ich sage. Die Kommunikationsanlage müsste da drüben sein. Stell sie so ein, wie wir es besprochen haben. Ich hole die Teleporter-Zugriff-Codes. Das kriege ich schon hin. Wenn du fertig bist, vergewissere dich. Das ist nicht meine erste Mission. Ich kenne den Plan. Dann halt dich dran. Was auch immer uns mit unseren Gegenstücken verbindet, wir beide haben nichts gemeinsam. Ich kenne deine Geschichte. Du hast versucht, die Titans dieser Welt zu töten. Nur ein paar Mal. Dann erwarte von mir aber keine Nettigkeiten. In 15 Minuten beim Teleporter. Nicht jetzt. Hey, Victor. Hey. Fühlst du dich nicht gut? Nein, alles bestens. Es bleibt aber bei heute Nacht. Tut mir leid. Geht nicht. Neue Befehle. Seit wann spielt das bei dir eine Rolle? Ja, wir hatten wilde Zeiten. Nein, hatten wir nicht. Du bist einer von ihnen. Mal sehen, ob ich deinen Ausschalter finde. Die hat den Braten tatsächlich gerochen. Oh, shit. Die ganze Zeit. Die Leben hat mich nicht blockt. Oh, wow. Die ist schnell. Böses Kätzchen. Komm. Hinten ist was Schönes für dich. Hinten ist nix. Ich wollte dich da durchprügeln. Meeu. Nicht blocken. Ja, voll. Schön, dass der durch draufgegangen ist. Einfach nur weggehen. Haha. Oh, shit. Ich kann dir gar nichts ansehen. Fuck. So ein böses Kätzchen. Muss mir die Pussy erstmal zämen. No shit. Oh, shit. Die hat den Kürzeren gezogen. So eine kleine Glückslache hier. Shit. Die ist richtig schnell. Ah, nicht schnell genug. Und. Batsch. Tja, ich bin immer noch eingeschaltet. Cyborg ruft Wonder Woman. Ich habe ein Duplikat von mir entdeckt. Verstanden. Verstärkung ist unterwegs. Wonder Woman Ende. Nimm's mir nicht übel. Ich hacke nur dein neuronales Rüst. Die hängen sich gegenseitig. Wurde da. Kann ich mich revanchieren? Er ist der bessere Hacker. Hat wohl im Endeffekt doch nicht geklappt. Oh, nope. Jawohl. Machen wir einfach. BB. Und dann nach oben. Bam. Komm schon. Wager, wager, wager. Irgendwie will das nicht rauskommen. Jetzt geht's los. Gar nicht mal so übel. Oh, wow. Der hat mich unterbrochen. Durch der Locker zurück. Booyah. In your face. Gibt's doch nicht. Er trifft mich. Oh, mit Sicherheit. Booyah. Hey. Oh, shit. Naja. Ich konnte es nicht mehr blocken. Ich war mitten im Angriff. So, jetzt ehrlich getroffen. Wer ist ein nerviger Schaden? Haben wir... Wow. Was kann ich denn hier durchkloppen? Jep, gar nicht. Ach, finde ich eine andere Dimension. Au. Super. Finde ich auch. Hallo? Hallo? Jep, das trifft. Er hat gedasht. Und ich gewinne dich ganz knapp. Gegrillt. Geschlagen. So sehe ich nicht gerade gut aus. Du warst als erster da. Noch ein Auftrag verloren. Das hier war was Persönliches. Für dich ist doch gar nichts persönlich. Er machte es zu etwas Persönlichem, als er mich folterte. Oh, yeah. Endlich spielen mit Deathstroke. Geschafft. Ich habe die Kontrolle über den Wachtturm-Teleporter. So einfach kann das nicht gehen. Als euer Cyborg versuchte, mein neuronales Netz zu hacken, legte er seine Sicherheitsprotokolle offen. Du hast sein Passwort gestohlen. So langsam gefällst du mir. Wo willst du hin? Der Plan war, dass du hier bleibst. Dauert nicht lang. Ich weiß nicht. Wenn er sagt, dass es für ihn okay ist, dann reicht mir das. Ja, ich habe mich gefragt, was ist, wenn das, was Lois passiert, Iris passiert? Das erschien zunächst sinnvoll. Die Bösen bekamen das, was sie verdienten. Aber jetzt? Superman wird Batman nicht töten. Er ist nur ein Köder. Um den wahren Batman zu fangen. Und was kommt dann? Schon vergessen, was er mit Green Arrow gemacht hat? Da stimmt was nicht. Der Teleporter ist offline. Musst du etwa weg? Wie? Ha! Beide Gound! Du wirst verlieren, Held. Steck dich jetzt Sam in den Arsch! Oh shit, das ist ja wieder Deathstroke. Völlig anderer. Da müssen wir gucken. Okay. Bei dem sind die nicht so leicht. B, A, X. Die sind eigentlich alle leicht, nur halb durcheinander. B, X, A. B, X, A. B, A, X. Okay. Okay, und B, A, X. Nice! Shit, da sind ganz schön geile Sachen drauf. Kann man eigentlich nur verstärken. Wohnt der mit der Waffe drauf? Wohnt nicht schlecht. Okay, da hab ich noch mal getroffen. Hey, du Lamer. Cool. Kann doch ausweichen. Oh, nein! Gibt's doch nicht. Dann mach ich schon mal die Stärkenvariante. Nope. Keine Chance. Die Waffen sind super schnell von dem. Der kommt gar nicht an mich dran. Silent erduckt sich. Kann ich eigentlich nur die ganze Zeit falsch schießen? Kam gerade so vor, wenn ich nur das tassen. Wollte der war. Wollte der war. Suchen wir mal doch ein Special von dem zu ziehen gleich. Obwohl, das wird eigentlich nicht klappen. Der ist schon gleich platt. X, A, B haben wir noch. Oh, wow. Nice. Die ist gut. Fuck. Was nehmen wir? Was nehmen wir? Das ist unbesiegbar. Y. Das gibt's doch nicht. Grundsätzlich. Fuck. Fuck. Komm schon, komm schon, du dämliche KI. Abgeknallt. Immer noch ein Kind. Fast geschafft. Oh, nicht shit. Sind wir schon fast am Ende? 50% schon. Naja. Zeit für die Revanche. Deathstroke. So sieht's aus. Ich finde Deathstroke so cool. Redman, Superman und Deathstroke haben mir ehrlich gesagt am besten gefallen. Oh, nice. Perfekt. Endlich hab ich's richtig getimed. Batman, Superman und Deathstroke. Find ich bisher am besten. Das kriegst du wieder, du nervenes Viech. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Die hier? Oh ja, komm uns mit dem Laufen. Jawohl. Ich hab mir irgendwie schon gedacht, dass der springt. Shit. Ich hab' nicht so oft die Special-Sachen benutzen. Komm, bearbeite mich ein bisschen. Will nämlich den Special von dem sehen. Oho, voll gegrillt. Okay. Ist egal. Hoffentlich blockt der gleich. Das ist ja lame. Schlag mich. Gerschein. Geht doch. Oh, voll in den Kopf. Fuck yeah.